Herzlich Willkommen zu einem weiteren FM22 Video und heute gibt es endlich wieder ein One-Season-Battle. Ich freue mich sehr, ein Format, was immer mit sehr viel Arbeit verbunden ist und natürlich auch da muss man immer erstmal jemanden finden, mit dem man das Ganze aufnehmen kann. Ich freue mich allerdings immer sehr, dieses Video-Format zu bringen, weil es einfach unfassbar Spaß macht. Auch heute muss ich sagen, allein das Team zu bauen und jetzt das Ganze zu simulieren, ich habe schon richtig Bock drauf. Und wir haben natürlich einen Gast dabei und zwar ist das der Hagen Lua. Wir haben übrigens bei ihm auch ein Video aufgenommen, könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen und zwar geht es da um den pressenden Stürmer. Da werden wir ein bisschen darüber reden, wie der pressende Stürmer funktioniert, warum ich eben den pressenden Stürmer zum Beispiel mit der 1860 München Taktik benutzt habe. Jetzt kommen wir aber hier zum One-Season-Battle. Ich werde übrigens das Video natürlich auch hier verlinken, was eben bei Hagen Lua auf dem Kanal dann kommen wird. Hier im One-Season-Battle spielen wir mit der Vorlage von Eintracht Frankfurt mal wieder mit dieser Vorlage, weil sie einfach sehr, sehr gut passt. Ich habe mir das eigentlich so überlegt, dass wir eben jetzt eine Mannschaft haben, die nicht allzu viel Budget hat, aber trotzdem der Champions League vertreten ist. Und dementsprechend finde ich eine ganz, ganz spannende Aufgabe, diese Mannschaft zu übernehmen, einen neuen Kader zu erstellen. Und wir haben diesmal die Voraussetzung, dass wir eben US-19-Spieler nutzen, heißt junge Talente, die wir dieses Jahr in unser Team mit einbauen wollen und dann gucken wollen, wer am Ende eben hier besser performt. Hallo erstmal und als allererstes will ich mich bedanken dafür, dass ich eingeladen wurde, hier mitzumachen. Ich habe schon die ersten Folgen gesehen und finde das Format an sich sehr, sehr geil, gerade mit diesem Challenge gegeneinander. Da ist der Football Manager gut dafür gemacht, sich einfach gegeneinander zu messen. Umso mehr freue ich mich, gerade da dann bei einer Folge Teil des Ganzen zu sein. Wer mich nicht kennt, einmal kurz um mich vorzustellen, ich bin Hagen Loha, bin seit FM 20 wirklich richtig unterwegs beim Football Manager und da aber auch eher im Multiplayer safe. Live auf Twitch immer mit der Community und spiele gar nicht so viel offline, habe da nicht so viel Erfahrung, sondern eher mit diesen gemeinsamen Spielen. Und derzeit versuche ich auf YouTube die Spielerrollen für mich ein bisschen erklären zu tun wollen, aber auch für Leute, die die Spielerrollen gar nicht kennen oder sie noch nicht testen und dort die Spielerrollen einfach jedem ein bisschen näher bringen. Denn sonst viel mehr gibt es zu mir nicht zu sagen. Ich bin ein Fußballfan, ich bin Frankfurt-Fan und umso mehr freue ich mich natürlich, die Mannschaft Frankfurt ersetzen zu können und Frankfurt so irgendwie neu aufzubauen mit U19-Spielern. Das ist die Vorgabe, ein Youngstar-Team zu machen, ist auch irgendwie etwas, wo ich mich sehr wohl fühle, weil ich persönlich in meinen Saves sehr gerne mit jungen Spielern arbeite, diese Förder. Und so habe ich mir dann auch, ja, mit viel Auswahlmöglichkeiten ein Team zusammengestellt von Spielern, die ich zum Teil selber schon gespielt habe, die ich einfach gern wieder dabei haben wollte. Aber auch Spieler, die ich so einfach gern mal testen möchte und hoffe, dass die gemeinsam mit meiner Taktik dann eine gute Saison spielen werden. Schauen wir uns doch einmal ganz kurz die Team-Kriterien an. Ihr seht einmal das Maximalalter, was bei 19 Jahren eben liegt. Dann haben wir durch die Registrierungsregeln den Fall, dass wir 12 deutsche Spieler und 8 eigene Gewächse brauchen. Die Kadergröße liegt diesmal wieder bei 23 Spielern. Letztes Mal hatten wir sie bei 31 Spielern, weil wir da Ü34-Spieler brauchten und in Deutschland eben nicht so viele Ü34-Spieler da waren, die wirklich konkurrenzfähig waren. Deshalb wollten wir da den Kader größer machen, um eben diese Registrierungsregeln zu erfüllen, ohne den Kader extrem abzuschwächen. Zum Glück haben wir in Deutschland aber extrem viele gute Talente und können so mit der Kadergröße von 23 Spielen auf jeden Fall ein konkurrenzfähiges Team zusammenstellen. Wir schauen uns jetzt auch noch mal das Punktesystem an. Da seht ihr eben, in der Liga bekommt ihr die Punktezahl, die auch da für den Platz eben dann in der Tabelle steht. Sollten wir im Pokal recht weit kommen, dann kriegt ihr eben für jede Runde, die ihr weiterkommt, nochmal extra diese Punkte. Das heißt, die werden sich drauf addieren. In der Champions League ist es so, dass ihr für die Gruppenphase eben jeweils die Punkte bekommt, die ihr da erreicht. Und dann eben für das Achtelfinale, für das Viertelfinale, Halbfinale jeweils eben diese vier Punkte oben drauf bekommt. Das heißt, wenn ihr das Halbfinale erreicht, kriegt ihr nochmal zwölf extra Punkte zu den Punkten, die ihr in der Gruppenphase erhalten habt. Solltet ihr Dritter in der Gruppenphase werden, werdet ihr eine Liga absteigen im europäischen Geschäft. Es sei denn, ihr würdet jetzt hier in der Conference League spielen, aber wir spielen ja in der Champions League. Heißt dann, dass wir dann in der Europa League weiterspielen werden, aber dann ab jeder Runde, die wir in der Europa League spielen, dann nur noch die Hälfte der Punkte bekommen. Heißt eben für das Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale nur noch zwei Punkte. Fürs Erreichen des Finals drei Punkte und für den Sieg nochmal extra fünf Punkte. Dann haben wir rechts noch extra Punkte, die man erreichen kann. Dazu werde ich jetzt aber nichts mehr genau sagen. Ihr könnt euch das Ganze einmal durchlesen. Und wenn ihr das Ganze hier nochmal ganz genau erklärt bekommen wollt, könnt ihr sehr, sehr gerne das erste Video von OneSeasonBetter anschauen. Denn da habe ich alles nochmal genau erklärt. Das sind dann alle meine Spieler, die ich mir ausgesucht habe, mit denen ich reingehen möchte. Ich habe mich dazu entschlossen, elf Stammspieler zu nutzen, mit denen ich die gesamte Saison spielen möchte, wo ich den Main-Fokus gesetzt habe. Natürlich habe ich viele Spieler auch auf der Bank, die dann reinkommen können und trotzdem unterstützen. Aber eben die größten Stärken sind in der Stammelf und die Auswechselersatzspieler sind eben die, die für die Anforderungen da sind. Die würde ich direkt zu Beginn einmal schnell durchgehen. Das sind Spieler, die haben natürlich Potenzial, aber in der ersten Saison wird das in dieser einen Saison noch nicht hundertprozentig wirken. Aber zur Vollständigkeit natürlich einmal dennoch alle durchgehen. Da hätten wir einmal Arne Schulz als Ersatztorwart, falls der Stammtorwart verletzt wird. Wir haben Robert Wagner für das Mittelfeld. Ich habe da auch bei den Ersatzspielern ungefähr geguckt, dass die Position stimmt, dass jede Position abgedeckelt ist, aber nicht nach den ungefähren Spielerrollen. Weil wie gesagt, die sind zur Not da und können dann zur Not helfen, wie ein Lucas Copado und ein Juri Backhaus. Zu der Stammelf komme ich dann. Da habe ich mir sehr, sehr junge Spieler ausgesucht. Spieler, die ich schon kenne, Spieler, die ich noch nicht kenne. Und einfach einen gesunden Mix. Beim Torwart habe ich zum Beispiel jemanden genommen mit Liu Zhao Xiang, den ich so noch nie gespielt habe. Aber ich habe erfahren, dass eben Bayern München ihn verpflichtet hat und dass es in echt als großes Torwarttalent gehandelt wurde. Bis 2025 Vertrag. Und dachte, geil, den probiere ich doch gern mal in FM aus. Auch wenn es bestimmt bessere Möglichkeiten gehabt hätte. Finde ich gerade die Reflexwerte sehr geil. Ich finde die 1 gegen 1 Werte sehr, sehr gut. Die Größe mit 1,91 und Sprunghöhe von 12, er 17 Jahre jung. Das heißt, er könnte im Laufe der Saison sogar noch über sich hinaus wachsen und da bessere Werte generieren. Dann für die Verteidigerposition, einmal für die Rechtsverteidigerposition, habe ich mir Joe Skelly geholt. In dem sein Spielstil habe ich mich letzte Season bei Borussia Mönchengladbach ein bisschen verliebt. Der da ja immer mehr spielen dürfen. Ich hätte gedacht, dass er schneller ist. Das ist ein Punkt. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit ihm und finde, er hat da sehr ausgeglichene Werte. Gerade auch mit der Arbeit nach vorne, mit dem Dribbling, solide Flankenwerten. Kann da ganz gut machen. Wir gehen dann auch direkt mal rüber auf die linke Seite zu Luca Netz. Das ist nämlich auch einer von Borussia Mönchengladbach. Die, finde ich, haben einfach zwei gute Youngstars auf der Außenbahn. Und bei ihm ist auffällig, er ist halt deutlich schneller, hat bessere Flanken und dafür nicht so gutes Dribbling. Aber auch da ist alles im grünen Bereich. Und es sind eben junge Spieler, die entwickeln sich gerade im Physis-Bereich in den jungen Jahren sehr gut. Und wenn da dann die Ausdauer noch besser wird, die Schnelligkeit noch besser, was gibt es Besseres? Zur Innenverteidigung haben wir einmal dann Linus Gächter. Ein sehr, sehr junger Spieler, auch 17 Jahre jung. 1,90 groß, könnte auch noch größer werden über die Zeit. Aber selbst mit 1,90 ist es ein Innenverteidiger, der die meisten Kopfballduelle für sich entscheiden dürfte. Mit einer Kopfballtechnik von Elf auch sehr gut. Tackling Elf könnte natürlich besser sein. Da hoffe ich, dass es über die Saison den einen oder anderen Punkt dazu gibt. Aber auch mit ihm kann ich als Innenverteidiger gut gehen. Und er hat einen passablen linken Fuß, was auch nicht schlecht ist, dass er da nicht ganz verloren ist. Der andere Innenverteidiger ist dann Right Array and B. Das ist ein Linksfuß, somit habe ich Rechtsfuß und Linksfuß in der Verteidigung drin. Einer, der 1,87 ist, aber eine gute Sprungkraft, eine gute Kraft, eine solide Kopfballtechnik. Und da sowohl hinten als auch vorne bei Standards bestimmt gefährlich sein kann und mithelfen kann. Um das Ganze mit einem sehr gestandenen Spieler abzusichern, habe ich mich im defensiven Mittelfeld für Eduardo Camavinga entschieden. Ein Spieler, der sehr viel wert ist, der bei Real Madrid jetzt auch langsam reingearbeitet wird und da auch immer eine größere Rolle übernimmt. Und das sieht man auch an den Werten, dass es einfach ein Spieler ist, der in echten Fußball auch schon gezeigt hat, was wirklich in ihm steckt. Und auch internationale Erfahrungen gemacht hat. 15 Tackling, 14 Passen, 13 Übersicht, 14 Ballernahme, 14 Ausdauer, also auch kann viele Spiele machen, 15 Stellungsspiel, ist gut für die Defensive, kann sich aber auch offensiv mit einschalten und eben ein Linksfuß, was auch immer gut ist, da einfach Spieler mit einem linken Fuß zu haben, für Standards auch. Wir kommen zum Mittelfeld. Und das Mittelfeld besteht aus zwei Spielern, um die ich mein Team gestaltet habe, die ich auf jeden Fall drin haben wollte. Das wäre zum einen Mal Bellingham im Zentrum, der bei Dortmund überragend spielt, wenn nicht sogar einer der besten Youngsters der Bundesliga ist und da überragend einfach aufläuft mit einer super Ausdauer, der wird viel spielen können, der hat die Möglichkeiten vorne gut mithelfen zu können, aber auch defensiv ist es einer, der gut mithelfen, mitarbeiten kann mit einem soliden Tacklingwert. Und ich habe gerade gesagt, der vielleicht einer der besten Youngsters der Bundesliga ist mit Bellingham. Mittlerweile sage ich, Musiala ist für mich einen Ticken besser und gerade diese Saison habe ich mich auch in seinen Spielstil mega verliebt und ich glaube, das wird der Youngster sein, der den größten Schritt machen wird. Und auch hier sieht man, er hat bestimmte Stärken, die er auf dem Spielfeld mitnehmen kann. Ballernahme, Dribbling, Technik, Flair, Beweglichkeit. Das sind gerade diese Ballkontrolle, das ist seine Stärke und wenn er die mit nach vorne aufs Spielfeld bringt, kann er den einen oder anderen Gegner stehen lassen. Dazu noch 14 passen, 14 Übersicht, 13 Abschluss, 13 Weitschüsse. Bedeutet auch in der Offensive, ist es jemand, der Torgefahr ausstrahlen kann, entweder durch selber treffen oder durch einen guten Pass zum Mitspieler. Tackling mit 11 bedeutet natürlich auch, er kann defensiv den einen oder anderen Zweikampf gewinnen. Dann kommen wir zur Offensive, einmal mit einem offensiven Mittelfeldspieler, der noch verletzt ist mit Florian Wirtz, der aber nach 10 Tagen bis 3 Wochen wieder spielen kann. Und da dann hoffentlich auch fit bleibt und hoffentlich die Leistung bringt, auch einen Spieler, den man in der Bundesliga schon mit super Leistungen gesehen hat und die soll er bei mir hier in der Saison auch nochmal mitbringen. Auch ein sehr technisch begabter Spieler, der trotzdem Qualitäten in der Offensive hat, mit Abschluss, aber auch mit Vorlagen, die er für seinen Mitspieler bedienen kann. Und im besten Fall ist es, wenn Musiala Wirtz schon Tore machen, aber unser Stürmer ist ja auch noch da und da haben wir einen ganz, ganz jungen, einen 16-jährigen Mokoko, der fürs Tore schießen da ist. 15 Abschluss, 16 Antritt, 15 Schnelligkeit, der kann sich vom Gegner lösen, der kann die Bälle bekommen und die Nervenstärke von 14 finde ich persönlich immer wichtig, dass er einfach ruhig bleibt vor dem Tor, den Ball einschiebt im Netz und mit einem linken Fuß vielleicht auch für Überraschung sorgt. Nicht jeder merkt immer, dass es ein Linksfuß ist, sondern deckt vielleicht auch mal den falschen Fuß. Sprunghöhe von 7,1,79 Kurs, die hohen Bälle, die lassen wir bei ihm eher mal sein. Unser Team sieht folgendermaßen aus, wir haben im Tor Stefano Torati, ich weiß nicht mehr genau, ob ich auf den Spieler gekommen bin, aber auf jeden Fall ist es ein talentierter Torhüter aus Italien und dieser Spieler wird bei uns auf jeden Fall das Tor hüten. Und es gibt gar nicht so viele U19-Torhüter, die wirklich momentan die Qualität haben, um hier schon ein richtig guter Erstligertorhüter zu sein. Zumindest mal habe ich keinen gefunden und dementsprechend ist Torati auf jeden Fall der, der bei uns im Tor stehen wird. Lieferamento, ein sehr bekanntes Talent auf der Linksverteidigerposition, der wird auf jeden Fall bei uns hoffentlich auch viele Offensivaktionen haben mit 14 Flanken und einer guten Geschwindigkeit. Hoffe ich, dass der da eben ein bisschen eine Attacke über die Flügeposition macht. Dann haben wir Omobamidele, ich weiß nicht genau, wie man ausspricht, aber auch das war ein Talent, den ich entdeckt habe aus England, wo ich sehr, sehr gespannt bin, wie der sich dieses Jahr hier präsentieren wird. Neben ihm spielt Guardiol, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Innenverteidiger sein, hat jetzt auch schon drei Sterne, 62 bis 73 Millionen Euro Marktwert, aber die Attribute vor allem sind unfassbar geisteskrank und das ist auch ein Spieler, der sich im FM unfassbar gut entwickeln kann und dann am Ende tatsächlich eine komplette Maschine werden sollte. Ich habe zumindest mal einen Safe, in dem ich gesehen habe, dass dieser Spieler wirklich geisteskrank gut geworden ist. Lucanetz spielt auf der Linksverteidigerposition, Lieferamento war wohl Rechtsverteidiger, muss ich mal ganz kurz nochmal gucken, genau sieht es aus. Dann haben wir das Mittelfeld, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr stark aus mit Kammerwinger, Musiala und Bellingham. Ich glaube, diese Attribute brauche ich euch gar nicht mehr nochmal zu zeigen. Kammerwinger, gehen wir ganz kurz drauf, da seht ihr eben, wie unfassbar ausgeglichen dieser Spieler ist und Musiala und Bellingham habt ihr euch bestimmt schon oft angeschaut. Das sind halt einfach absolute Maschinen, die im Mittelfeld eigentlich gesetzt sein müssen. Dialo, Doku und Adeyemi bilden die Offensivreihe und das sind alles drei sehr schnelle Spieler. Ich habe darauf geachtet, dass wir unfassbar schnelle Spieler haben mit extrem viel Tempo hier vorne eben Attacke machen, ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel hoffentlich haben und dementsprechend habe ich schon so ein bisschen drauf geschaut, dass wir schnelle Spieler haben. Dementsprechend auch unser Stürmer Adeyemi mit 17 Antritt und 17 Schnelligkeit. Dann haben wir auf der Bank auf jeden Fall noch ein paar Spieler, wie Lukas Schneller als Ersatzkeeper. Suleymaner, das war glaube ich auch ein sehr, sehr interessantes Talent, der auf der linken Seite ebenfalls mit 16 Antritt, 16 Schnelligkeit und ganz ordentlichen technischen Attributen einen guten Backup geben soll. Gio Reyna ist auf jeden Fall glaube ich der stärkste Spieler, den wir auf der Bank noch haben. Der hat jetzt schon dreieinhalb, ne vier Sterne sogar, also müsste eigentlich sogar ein Stammspieler sein, das war auch ein absoluter Schnäppchen, da habe ich wirklich gar nicht viel bezahlen müssen für den Spieler, obwohl er hier einen Marktteil von 83 bis 99 Millionen Euro hat. Außerdem Rovella, ein sehr, sehr guter Backup, auch schon dreieinhalb Sterne. Also es sieht schon sehr, sehr stark aus, was wir hier auch wieder auf der Bank haben. Sehr, sehr viele sehr interessante Talente, mal Augusto, Papetti oder Mokoko noch mit dabei. Königsdörfer habe ich nochmal mitgeholt, weil wir hier natürlich noch ein paar deutsche Spieler gebraucht haben. Also insgesamt finde ich, der Kader hier ist unfassbar stark und man sieht wieder so ein bisschen, dass wir eben hier bei Eintracht Frankfurt ja trotzdem sehr, sehr viel Geld hatten. Deshalb wird es auch das letzte Mal sein, dass wir so eine Mannschaft holen. Ich versuche da so ein bisschen drauf zu achten in Zukunft, dass tatsächlich das Budget noch ein gutes Stück günstiger ist. Ich wollte es hier nochmal so lassen, weil es bei den U19-Talenten schon so ist, dass man da gerne mal ein bisschen mehr Geld ausgeben kann, weil es einfach unfassbar viele sehr interessante und auch dann natürlich etwas teurere Talente gibt. Wenn alle Spieler dann auf dem Platz angekommen sind, soll die Mannschaft so aufgestellt werden mit einer asymmetrischen Formation. Ich weiß, der ein oder andere Monk, der wird da Probleme haben mit der Formation. Ich bin ein Fan von Asymmetrie. Ich habe mich da lange Zeit dagegen gewehrt und irgendwann angefangen, doch asymmetrische Taktiken zu spielen und persönlich die Erfahrung gemacht, dass es bei mir besser funktioniert hat. Wenn ich die Stärken meiner Spieler auf ihre Position setze und gar nicht auf eine symmetrische Taktik schaue, sondern einfach gucke, dass jeder Spieler seine Stärke auf den Platz bringen kann. Ich sehe gerade auch Yusuf Demir. Habe ich vorhin übersprungen. Da ist er. Ein Stammspieler, einfach übersprungen. Ein wichtiger Stammspieler auch, der offensiv auch für Rambazamba sorgen soll mit einer guten Schnelligkeit, guten Antritt und vor allem auch wieder ein gutes Ballgefühl. Tripling-Technik ist da auch gegeben. Der soll in der Offensive unterstützen. Deswegen auch Inversa-Flügelspieler auf unterstützen. Wir haben Moukoko vorne im Sturm als Stoßstürmer. Stoßstürmer, der soll die Bälle bekommen. Florian Wirtz als offensiver Mittelfeldspieler. Habe mir erst überlegt, ob ich ihm eine Spielmacherrolle geben soll oder muss Jallin in die Spielmacherrolle. Habe mich dann dagegen entschieden bei beiden, sondern sie sollen einfach die Freiräume haben und nicht für eine Funktion gut sein, sondern für mehrere Funktionen. Und deswegen habe ich mich für klassische Spielerrollen bei den beiden entschieden. Ein Bellingham dann als ballerobernder Mittelfeldspieler, um die Defensive zu unterstützen, weil die Defensive, gerade die Innenverteidiger, der Torwart, der Außenverteidiger sind, man kann schon fast sagen, schwächere Stellen des Teams. Ich würde sie nicht schlecht betiteln, aber schwächere Stellen im Vergleich zu der Offensive. Deswegen auch ein Kammerbinger als tiefer Sechser, der das definitiv machen kann mit seinem Tacklingwert und ebenso mit einem Passwert auch den Ball von hinten abholen kann und nach vorne tragen. Ich habe keinen dieser Spieler, dieser Rollen, extra Aufgaben gegeben. Ich spiele, man sieht hier einmal mit einem kompromisslosen Innenverteidiger, einmal mit normalen. Der Kompromisslose soll erstmal dafür sorgen, dass die Bälle wegkommen. Und vorne haben wir genug Spieler, die die Bälle festmachen können. Demir zieht nach innen als inverser Flügelspieler und derzeit soll Joe Skelly nach vorne arbeiten. Ein Netz ist jetzt nicht als Flügelspieler da zum Arbeiten, sondern er soll ruhig dem Musiala hier an der Seite Platz geben. Ich habe mir erst überlegt, Messala als Musiala. Aber wie gesagt, ich möchte Musiala als zentralen Mittelfeldspieler einfach viele Freiräume geben und wenn hier Platz ist, wird er von alleine auch schon im besten Fall die Wege dorthin machen. Meine Grundausrichtung ist offensiv, dass ich einfach mit meiner guten Offensive fürs Tore schießen da bin. Ich möchte mehr Tore schießen als bekommen und das ist dann im besten Fall ein Sieg, wenn es immer funktioniert. Im Ballbesitz sieht das so aus, wir spielen ziemlich breit, wir gucken mit einem Pass in die Tiefe, wir haben natürlich einen Mokuku vorne drin, der die Meter machen kann, der schnell ist. Wir machen kürzere Passspiele in einem höheren Tempo und wir suchen den Abschluss. Wir suchen immer wieder schnell den Abschluss, weil auch die Weitschüsse unserer Spieler sehr gefährlich sein können. Und ansonsten wollte ich da nicht so viele extra Aufgaben geben für die Spieler. Ich lasse die Flangen extra auf variabel, damit man da einfach nicht so vorhersehbar ist. Im Umschaltspiel hat das Team gar nicht so viel zu beachten. Das ist einmal, wir wollen Gegenpressing machen, wir wollen da den Ball schnell wieder erobern. Falls der Torwart von uns aber den Ball hat, dann würde ich den Ball gerne kurz abspielen und nicht direkt nach vorne werfen. Deswegen habe ich hier auch Konter nicht angeschaltet oder auch Formation halt nicht angeschaltet. Denn wenn sich die Möglichkeit zum Konter ergibt, dann kann man da auch mal ein Konter machen. Man braucht nicht extra schnell, extra langsam machen, sondern das so anpassen, wie gerade der Spielverlauf ist. Gegner im Ballbesitz. Da steht die Offensive etwas höher. Die Defensivlinie ist Standard. Ich möchte die nicht zu weit hochsetzen. Wir haben zwar schnelle Verteidiger, die den Weg nach hinten machen können, aber das muss man jetzt nicht jedes Mal herausfordern. Und so stehen die einfach etwas defensiver. Den Torwart an kurzem Abspiel auch hindern. Wir haben kopfballstarke Spieler hinten, die im besten Fall dann den langen Ball vom gegnerischen Torwart abfangen können und wieder in die eigenen reinbringen können. Pressingauslösung dadurch auch häufiger. Den Gegner nach außen zwingen. Das ist etwas, was ich eigentlich in jeder Taktik mache. Ich weiß gar nicht, warum. Das hat sich bei mir eingebaut und ich habe es in jeder Taktik drin. Und es funktioniert auch. Es macht für mich auch Sinn, den Gegner einfach auf die Außen zu zwingen. Denn von außen ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass er ein Tor machen kann wie vom Zentrum. Außer über eine Flanke. Aber da haben wir, wie gesagt, kopfballstarke Spieler im Zentrum. Das ist die Mannschaft, die mich im besten Fall so gut wie es geht nach oben führen soll. Nicht nur in der Liga, auch in den Pokalwettbewerben. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze sich entwickelt. Dann gehen wir direkt in den Urlaub. Die Taktik sieht folgendermaßen aus. Wir spielen mit einem klassischen 4-3-3-System, haben auch ganz normale Flügelverteidiger auf Unterstützung und zwei Innenverteidiger, die keine besondere Spielerrolle haben. Eine mitspielende Torhüter auf Unterstützung und im Mittelfeld. Das kann man weniger als defensiver Mittelfeldspieler verteidigen. Der Spieler, der für die Defensivaufgaben zuständig ist, aber trotzdem ganz gut am Ball sein soll. Dementsprechend ist auch der defensive Mittelfeldspieler eine sehr neutrale Spielerrolle, die auf jeden Fall auch einen Spieler haben sollte, der nicht allzu schlechter Ball ist, ist aber kein Spieler, der jetzt wirklich für den Spielaufbau maßgeblich zuständig ist. Wir haben damit Bellingham und Musiala, die zwei Spieler auf der Achterposition. Musiala eher der offensive Spieler, der auch so ein bisschen die Breite suchen soll, in Richtung Diallo auch das Spiel lenken sollte. Und Bellingham als eben sehr kompletter Mittelfeldspieler, einer, der überall zu finden ist und der vorne wie hinten angreifen und verteidigen soll. Doko auf der linken Seite ist ein inverser Flügelspieler und vorne ist Adeyemi ein Stoßstürmer. Also wir wollen hier vor allem mit diesen beiden Flügelspielern, die nach innen ziehen und diesen Musiala, der dann ab und zu so ein bisschen in dem Halbraum steht, Chancen kreieren, in denen wir sehr, sehr viele Pässe in die Tiefe spielen können. Wir wollen ganz, ganz häufig eben unsere Geschwindigkeit auf den Flügelpulsionen im Sturm eben nutzen und da diese Pässe immer wieder in die Schnittstelle finden. Und taktisch sieht das dann am Ende auch so aus, dass wir hier vor allem über das Zentrum spielen, Pässe in die Tiefe mit drin haben, eine enge Angriffsbreite, um da viele Anspielstationen zu haben, ein kurzes Passspiel und ein recht hohes Tempo. Wir wollen generell einen sehr intensiven und kreativen Fußball spielen, deswegen auch hier kreative Freiheiten mit drin. Umschaltspiel ist dann auch logisch, alles auf Attacke. Wir wollen ganz, ganz schnell Bälle gewinnen, ganz, ganz schnell kontern und auch wenn wir hinten den Ball haben, ganz, ganz schnell wieder nach vorne spielen. Also es wird sehr intensiv, dafür haben wir aber eben genau diese junge Mannschaft, eine Mannschaft, die fit sein muss und dementsprechend passt das wirklich sehr, sehr gut. Wir pressen ziemlich hoch natürlich auch, um da natürlich den Gegner permanent unter Druck zu setzen und dann ganz, ganz viele Chancen zu kreieren. Die erste Saisonhälfte ist vorbei, die Hinrunde wurde gespielt. Ich sehe rechts schon die Tabelle und ich sehe die SGE Youngstars auf Platz 7, was der Conference League Platz bedeuten würde, als international, sofern DFB-Pokal jemand gewinnt, der schon einen internationalen Platz hat, was aber wahrscheinlich ist. Ich glaube, Frankfurt wäre zufrieden. Europa League ist das Ziel, ich denke, damit könnte man gehen, wenn das Ganze so bleibt. Ich schaue mal den Terminplan an, wie das Ganze sich entwickelt hat. Die erste Runde gegen Türkei gewonnen, DFB-Pokal und dann mit Sieg, Niederlage, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, irgendwie Niederlage reingestattet, hin und her, ziemlich unkonstant, viele Niederlagen der Euroleague und in der Bundesliga, dann unentschieden, langsam gefangen, im Elfmeterschießen gegen Werder Bremen weitergekommen. Fraga führt, oh, 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 und dann ging es los. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pflichtspiel-Siege in Folge. Gut gegen West Ham, dann verloren, Leverkusen gewonnen, wow, Gladbach verloren und Mainz unentschieden. Das ist die Hinrunde. Das ist die Hinrunde. Die sieht sehr spektakulär aus. Ich scrolle jetzt mal nicht weiter runter, weil dann sehe ich ja schon, wer uns in den Pokalen, DFB-Pokal erwartet. Ich denke mal, bei Euroleague durften wir auch weitergekommen sein. Die einzigen Gefahr war West Ham, wo wir zweimal verloren haben. Ansonsten sah Europa-League-Gruppe auch sehr gut aus. Wir gucken in die Mannschaft rein. Die Mannschaft hat so gespielt, wie geplant war. Also die Einsatzzeiten stimmen. Vorlagen, uh, Florian Wütz, 10 Vorlagen. Musiala 13 Tore, Moukoko 12 Tore, also das sind die Goalgetter. Musiala sogar noch besser als Moukoko. Ansonsten 5 Vorlagen auch dem hier. Das läuft gut. Und dann kommen wir zum spannenden Teil. Wir gehen in die Hütbewerbe. Platz 7 der Liga haben wir schon gesehen. Top-Torschütze hier, Jamal Musiala. Bester Notendurchschnitt, Musiala. Florian Wütz, beste Vorlagengeber mit 8 bei uns. Top-Torschütze bei der Europa League, Moukoko und Jamal Musiala mit jeweils 4. Und unser nächster Gegner ist Manchester United. Nein. Ich weiß nicht. Also da sind sehr viele starke Gegner drin. Ich weiß nicht. Klar, man hätte sich doch irgendwie was Leichteres gewünscht. Man U ist dann doch irgendwo ein Kracher. Aber die Frankfurter haben sie in echten Fußball ja auch gezeigt, dass die Kracher, die sind möglich. Wir haben gegen Barca gewonnen. Wir haben Europa League gewonnen mit der SGE. Das ist ja never give up. DFB-Pokal haben wir, finde ich, ein ganz humanes Losgezogen mit dem Hamburger SV. Da hätte sie uns besser, aber auch schlechter treffen können. Sogar noch zu Hause. Ich finde, das ist super. Also DFB-Pokal gehe ich davon aus, da könnten wir sogar noch eine Runde weiterkommen. Im Allgemeinen bin ich mit der Hinrunde sehr zufrieden. Ich denke, ich werde taktisch hier auch nichts... Oh. Die Verbindungen, die sind ja mal... Da haben sich richtig gute Verbindungen gemacht. Ich werde die Taktik nicht ändern. Ich werde mit der Taktik weiterhin reingehen. Ich finde, die machen sich gut. Die haben Punkte geholt. Die haben gut geliefert. Die Tore wurden halt verteilt. Wenn ich jetzt hier sehe, Florian Wirtz ist der Einzige, der irgendwie von uns da mit drin ist mit acht Torvorlagen. und wir haben eine Minus-Eins-Tondifferenz. Also da könnte er auch noch ein bisschen vorankommen, aber bis zum Ende der Saison kann noch einiges passieren. Deswegen wünsche ich mir dabei Glück. Die Hinrunde ist gespielt und wir schauen mal wieder auf die erste Hälfte der Bundesliga-Saison. Und da sehen wir, es ging erstmal mit einem Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal los. Ein schweres Los, was wir auf jeden Fall aber sehr souverän gemeistert haben. Danach ging es mal wieder nicht so gut in die Saison rein. Also da habe ich immer die Probleme, dass der Saisonstart gar nicht so gut ist. Wolfsburg unentschieden, Bayer Leverkusen Niederlage. Und dann konnten wir tatsächlich auch noch gegen den BVB endlich unseren ersten Sieg feiern. ein 3-1-Sieg. Berlin war dann ein Unentschieden hinterher. Und dann ging es so langsam los, vor allem in der Bundesliga gut zu werden. Wir haben nämlich in der Bundesliga da einige Spiele in Folge gewonnen. Hier sind tatsächlich innerhalb von 12, 13 Spielen tatsächlich nur eine einzige Niederlage. Und zwar in der Champions League gegen Manchester City. Aber ansonsten war es wirklich eine extrem gute Hinrunde. Wir sehen dann nach den 13 Spielen gab es wieder eine Niederlage gegen Man City. Ist natürlich auch ein unfassbar starker Gegner. Und dann hatten wir so eine ganz, ganz kleine Downphase, wo wir eben 4 Spiele nicht gewinnen konnten. Aber vor allem die letzten Spiele wieder sehr souverän gewonnen. Insgesamt auch viele Spiele dabei, wo wir 3 oder 4 zu 0 gewonnen haben. In der Liga reicht das Ganze tatsächlich sogar für Platz 2. Eine riesige Überraschung auf jeden Fall. 9 Punkte hinter dem FC Bayern München. Die sind eigentlich jetzt schon wahrscheinlich safe deutscher Meister. 38 plus ist das Torverhältnis bei denen. Das sind schon 25 Tore besser als bei uns. Also Richtung Meisterschaftskampf werden wir auf jeden Fall hier nichts mehr reißen. Aber Platz 2 ist eine absolute Überraschung. Damit hätte ich nie im Leben gerechnet. Wir sehen hier auch Adeyemi 16 Tore. Das könnte tatsächlich für Platz 1 momentan reichen. Und so sieht es auch aus. Sadio Manet 11 Tore. Burkhardt 11 Tore. Also er hat 5 Tore sogar Vorsprung. Also da scheint Adeyemi, wenn er sich nicht verletzt, tatsächlich ein ganz, ganz heißer Kandidat für die Torjägerkanone zu sein. Und das ist für uns natürlich sehr, sehr gut. Das gibt nochmal extra 4 Punkte. Und vor allem auch bei den Spielern spielt sich gerade hat er ebenfalls mit Kimmich und Burkhardt viermal diesen Award gewonnen. Also auch da könnte es nochmal extra 4 Punkte geben. Und dann sieht es wohl so aus, als ob wir Adeyemi hier sehr, sehr gut ins Spiel mit einbeziehen können. Dass er wahrscheinlich viele Pässe auch in die Tiefe bekommt. In der Champions League sind wir auch noch vertreten und dürfen gegen Paris ran. Das wird natürlich keine allzu einfache Aufgabe. Wir gucken mal, wie es in der Gruppenphase war. Und da war eben Man City bei uns drin. Das haben wir eben gesehen. Da war zweimal gegen die verloren. Aber tatsächlich die anderen 4 Spiele haben wir allesamt gewonnen. und somit mit 12 Punkten auf Platz 2 in der ersten Ausstattungsrunde. Und auch im DFB-Pokal war am Tag gegen die SC Freiburg noch vertreten. Die Saison hat geendet. Und wie ich das rechts direkt wieder sehen kann, hat es tabellarisch nicht viel geändert. Wir sind auf dem siebten Platz geblieben. Aber, wenn wir hier drauf gucken, guck mal, wir gucken gleich mal die Tabelle an. Hier. Tabelle der Bundesliga. Wenn wir hier sehen, unsere Tordifferenz ist ins Positive gegangen. Wir sind auf Platz 7 geblieben. Mit einer positiven Tordifferenz. Das war das Einzige, was ich ein bisschen gemeckert habe. Das Manko, was in der Hinrunde war, dass es eine negative Tordifferenz war. Um den tabellarischen Platz schon mal zu machen. Man macht sich vorhin ein paar Gedanken, wo man denn gern enden möchte. Ich muss sagen, mein Ziel war schon Europa zu erreichen mit einer Frankfurt-Mannschaft quasi. Also das ist jetzt nicht Frankfurt, aber wir haben ja Frankfurt ersetzt. Da ist das Ziel schon gewesen, in Europa zu kommen. Wir haben es knapp geschafft. Also die Conference League wurde erreicht. Wir sind damit in einem europäischen Wettbewerb für mich zufriedenstellend. Ich glaube, dass es absolut okay ist, mit so einem jungen Kader so einen guten Tabellenplatz zu erreichen. Wenn wir uns das Profil anschauen, jetzt mal hier, sowohl bei den Toren, also beim Notenschnitt, als auch bei den Torvorlagen, als auch bei Spielen des Spiels, als auch bei ohne Gegentor und auch bei gelben Karten, das sieht man jetzt hier, ist keiner von den Youngstars vertreten. Also wir sind weder super auffällig im Positiven als auch im Negativen irgendwo drin gewesen. Bis auf der Bärenplatz kann ich da wenig sagen, ist okay. Wenn wir schon bei der Bundesliga sind, bevor wir den Terminplan reinschauen, würde ich gerne doch tatsächlich dann die Expected Goal-Tabelle diese Season anschauen und da sind wir Achter. Wir sind Achter. Drei Punkte haben wir Gewinn gemacht durch die Expected Points dadurch und diese drei Punkte sind anscheinend ausreichend gewesen um einen Platz schlechter. Ne, warte, wir sind einen Platz schlechter. Wir haben einen Platz besser erreicht, wie es laut den Expected Goals und Punkte der Fall sein sollte. Aber ich denke, ein Platz, zwei Platz, drei Platz, ein Platz ist kein Platz. So ist die Regel. Ein Platz ist kein Platz. Das ist okay. Siebter, normal, achter an der Expected Goal-Tabelle. Okay. Und dann schauen wir, bevor wir in die Wettbewerbe reinschauen, schauen wir in den Terminplan rein. Komm. Da gehen wir, oh, oh, hier ist ja hoch. Nichts wollen lassen. Wo beginnt es? Hier ist Dezember, das war Hinrunde, jetzt kommt die Rückrunde. Mit Unentschieden reingestartet, unten im Sieg. DFB-Pokal, ich sehe es ganz unten schon. Hamburg 4-0 weggeklatscht. Sehr schön, Stuttgart verloren, gewonnen. Manu 3-2 verloren, solide. 4-1 gegen Köln, heilige Boca. 3-1, wir sind weiter. 3-1 gegen Manu gewonnen und somit weiter. 4-3 gegen Bayern verloren. Gegen Köln im Viertelfinale ausgeschieden, im DFB-Pokal. Hertha, West Ham 3-1. 1-0 verloren, 2-0, Elfmeterschießen. Warte, West Ham war, für wen steht das E? Wir haben Elfmeterschießen verloren jetzt, oder wie? Leipzig, Festspiel, UHA Leipzig gewonnen, führt unentschieden. Nein, Real Sociedad, Europa League, 2-1 verloren. Bedeutet, wir sind gegen West Ham auch weitergekommen und dann 1-2 verloren, 1-1 gegen Real Sociedad, im Viertelfinale der Europa League rausgeflogen. Somit sind wir im Viertelfinale des DFB-Pokals und der Europa League rausgeflogen und danach haben wir kein Spiel mehr verloren. Unentschieden Union, unentschieden Gladbach, aber sonst 3 Spiele gewonnen und das sind sehr, sehr wichtige Spiele zum Abschluss gewesen, weil sonst war es ein ziemliches Hin und Her, Siegniederlageverhältnis, ziemlich viel Hin und Her und zum Abschluss nochmal 3 wichtige Siege geholt, wichtige 9 Punkte und damit Platz 7 gefestigt. Also Mainz war uns nah auf dem Drücker, sogar das letzte Spiel war gegen Mainz, ne? Ja, letztes Spiel gegen Mainz gewonnen, damit haben wir uns wirklich gefestigt. Hier, sieht man es nochmal, Viertelfinale ausgeschieden gegen Real Sociedad. Was ist denn da passiert? Gegen Real Sociedad, Moukoko mit vielen Toren, wir gucken da auch mal rein. Hier ist auch keiner von uns vertreten bei den Spielerstatistiken und beim DFB-Pokal ist Moukoko mit 5 Toren. Der Top-Torjäger würde mich natürlich auch noch interessieren. Borussia, München, Gladbach, was? Bayern München. Die kommen ja auch mit den Gladbach. Bayern München gewinnt 1-0 gegen Köln. Köln tatsächlich noch ins Finale gekommen. Moukoko auch bei Spielern des Spiels Zweiter und bei Tore Zweiter. Oh, Luca Walsch mit Zweiter. Gefällt mir. Und bei Europa League schauen wir doch auch nochmal rein. Real Sociedad hat das Ding gewonnen. Also du verlierst als Frankfurt jetzt gegen den Europa League Gewinner. Das ist okay. Da brauche ich mich nicht beschweren. Noch zum Abschluss schnell in die Mannschaft reinschauen. 50 Spiele, 71 Gegentore und unser Torwart. Aber die Durchschnittswertungen gefallen mir sehr. Also ein Florian Wirtz und ne, nur ein Moukoko und ein Joe Skelly sind schlechter als die 7-0er Durchschnittsbewertung. Das sind die einzigen, die da drunter sind. Alle anderen haben sehr, sehr gut gespielt und Moukoko hat 29 Tore gemacht. Also so schlecht kann das nicht gewesen sein. Das ist auch nur auf die letzten 5 Spiele. Im Gesamten ist Moukoko besser. Aber die letzten 5 Spiele war super. Ans allgemein Team von der Bewertung her gut 29 Tore. Moukoko 20 Mousiala Vorlagen Wirtz 18 Demir 14 Das hat sich schon sehr, sehr gut gemacht. Bellingham ohne Tor aber 7 Vorlagen. Team hat mir sehr gefallen. Wenn ich das von den Statistiken her so sehe, hat mir das Team doch tatsächlich sehr gefallen und mit dieser Taktik haben sie sich mit einer erfolgreichen Saison gekrönt. Jetzt wird es bei uns sehr, sehr spannend. Wir schauen uns an, wie die Saison geendet ist, welchen Platz wir tatsächlich in der Liga erreichen konnten, wie weit ging es in der Champions League und im DFB-Pokal. Ich habe hier erstmal die Ergebnisse nur von der Bundesliga, damit ihr eben noch nicht sehen könnt, wie es in den anderen Wettbewerben ausgesehen hat und da sehen wir und da sehen wir auf jeden Fall, dass die Rückrunde wohl nicht ganz so gut wie die Hinrunde war. Wir sehen ganz, ganz viele Unentschieden und Niederlagen dabei. Da sind tatsächlich nur noch 3, 4, 5, 6 Siege dabei. Also die Rückrunde sah anscheinend dann nicht so gut aus und jetzt ist natürlich die große Frage, was ist in der Liga passiert? Ich glaube, dass wir Platz 2 dann am Ende tatsächlich nicht mehr halten konnten. Und so sieht es dann am Ende tatsächlich auch aus. Platz 5 wurde es dennoch auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Trotzdem ist die Enttäuschung natürlich sehr, sehr groß vor allem, wenn man sieht, dass es nur 4 Punkte hinter Platz 2 sind. Also da hätten wir tatsächlich noch einige Punkte gut machen können. Jetzt wird es natürlich sehr, sehr spannend, ob wir hier noch das Ganze gewinnen können. Denn nach der Hinrunde war ich tatsächlich sehr optimistisch, was allerdings sehr gut aussieht. Ich sehe hier schon, dass Adeyemi 30 Tore geschossen hat, was ihr wahrscheinlich noch nicht seht. Aber jetzt müsstet ihr es sehen und da hat es tatsächlich für die Torjäger Kanone gereicht. Das ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Spieler des Spiels hat er leider dann am Ende ein bisschen nachgelassen. dementsprechend zumindest mal da noch mal extra 4 Punkte, die wir bekommen. Und in der Champions League habe ich auch hier schon gesehen, rausgeflogen im Viertelfinale gegen Barcelona. Das hieß tatsächlich, dass wir gegen Paris weitergekommen sind, was auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr schöne Sache ist. Also da bin ich sehr überrascht, dass wir da tatsächlich Paris raushauen konnten, weil das natürlich eine absolute Weltklasse-Mannschaft ist. Im DFB-Pokal sind wir aber leider gegen Freiburg dann rausgeflogen. Schauen wir uns die XG-Tabelle an, dann wird es umso bitterer, dass wir tatsächlich hier nur auf Platz 5 die Liga beenden konnten, denn in der XG-Tabelle sind wir tatsächlich Zweiter, was allerdings für uns sehr, sehr gute Chancen heißen könnte, dass wir zumindest mal hier im XG-Vergleich besser abschneiden und da auch noch mal extra 4 Punkte bekommen. Am Ende wäre es mir natürlich lieber, wenn wir in der richtigen Tabelle auf Platz 2 gelandet wären. Zu Beginn des Videos habe ich euch ja gesagt, wie ich meine Tore schießen möchte mit vielen Steilpässe und das wird hier auch noch mal bestätigt, dass das Ganze tatsächlich aufgegangen ist. 40 von der 74 Tore haben wir eben per Steilpass erzielt. Das ist über die Hälfte der Tore und wir schauen jetzt einmal ganz kurz auf die Statistiken. Da wird das Ganze auch noch mal bestätigt, dass eben unser Spieß, die genauso wie wir uns das Ganze vorgestellt hat, am Ende auch fruchtete und wir sehen eben Adeyemi 36 Tore, das war dann der Abnehmer für die Steilpässe. Musiala als Mizzala eben auch mit 12 Toren und 6 Vorlagen sehr torgefährlich gewesen. Sogar Bellingham kommt auf 10 Tore und 8 Vorlagen und jetzt vor allem kommt das, was sehr interessant ist, wir wollten unsere inversen Flügelspieler und inversen Außenstürmer, also die Flügelspieler generell, die nach innen ziehen, nutzen, dass das eben die Spieler sind, die noch den letzten Pass dann in die Tiefe auf Adeyemi spielen und die haben eben einmal mit Doku 15 Vorlagen und Diallo kommt auf 12 Vorlagen. Also dementsprechend hat das Ganze auf jeden Fall mit unseren inversen Flügelspielern auch unfassbar gut funktioniert. Sie haben hier unfassbar viele Torvorlagen erzielt. Das war's. Das war die Saison mit diesem Team, mit meiner U19. Ich bedanke mich nochmal viel, vielmals fürs Mitmachen dürfen. Sehr, sehr interessantes Format, sehr, sehr geil auch umgesetzt mit dem Punktesystem. Ich habe da jetzt noch nicht meine Punkte durchgerechnet. Ich denke, das wird der Pascal dann machen und dann lasse ich mich da auch ein bisschen überraschen, ob die Punkte jetzt wirklich gut oder schlecht sind. Mein Bauchgefühl sagt, es ist ein gutes, gutes Ding gewesen, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie mein Gegner abgeschlossen hat. Dennoch, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht dabei sein und dann bin ich jetzt raus. Ciao. Das war es dann schon wieder von dem Video hier. Ich hoffe, euch hat das Ganze wie immer gefallen. Ich hoffe, auch dir, Hagen, hat das Videoformat hier Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall unfassbar viel Spaß gemacht und ich bedanke mich sehr bei dir, dass du daran teilgenommen hast. Ich habe auch sehr gerne an deinem Video teilgenommen. Auch da nochmal, ich glaube, ich habe es schon zu Beginn gesagt, schaut euch gerne das Video beim Hagen Lua an. Da gibt es was zum Pressen und Stürmer. Auch das ein sehr, sehr cooles Format. Dementsprechend bin ich auf jeden Fall offen um weitere Videos mit dir und schreibt auf jeden Fall alle was in die Kommentare rein, wie ihr dieses Videoformat heute wieder fandet, wie ihr dieses Battle fandet und vielleicht habt ihr noch eine Idee für das nächste One-Season-Battle. Entweder einen Teilnehmer, den ich mir raussuchen soll, gegen wen ich dann eben antreten soll oder vielleicht auch eine Challenge, die wir da uns raussuchen sollen. Ich habe auf jeden Fall noch eine coole Idee, was dieses Jahr auf jeden Fall noch rauskommen wird. Da werde ich mir noch einen Partner suchen und dann war es das von dem Video hier. Es war am Ende heute sehr, sehr spannend noch. 59 zu 50 Punkte. Spannender, als es vielleicht noch nach der Hinrunde aussah, als ich eben auf Platz 2 war. Die Rückrunde hat dann ordentlich reingehauen. Was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, ich habe bei meinem Save in der Schemze gespielt, der Hagen in der Euroleague, weil ich eben das aktuelle Update schon gespielt habe. Ich habe, glaube ich, vergessen, dem Hagen zu sagen, da ich mit dem neuen Update spielen wollte am Ende, war es so okay, wie es jetzt ist. Dementsprechend hat das auf jeden Fall alles trotzdem ja für mich noch gereicht und wir sehen uns, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.